Nations League Überzeugender Auftritt der Eidgenossen, gegen der Solid-Isländer spielen sich die Schweizer mit vielen Bundesliga-Stars in einen Rausch. Die Bundesliga-Auswahl der Schweiz ist mit einem überraschenden Kantersieg in die Fußball-Nations League gestartet. Die Mannschaft von Nationaltrainer Ledemir Pepkovic gewann am Samstag ihr erstes Spiel in der Division A gegen Eind mit 6.0, 2.0. Steven Zuber, 13., von der TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbachsternis Zakaria, 23., hatten die Schweiz in St. Gallen in der ersten Hälfte in Führung geschossen. Nach der Pause legten der ehemalige Münchner Xerdan Zakiri, 53., der frühere Frankfurter Herr Seefrowick, 67., der Ex-Augsburger Alb-Irnayeti, 71., und der eingewechselte Admir Mimedi, 82., vom VfL Wolfsburg nach. Die Schweiz führt in Gruppe 2 damit die Drier-Tabelle an. Der WM-Dritte Belgien greift am Dienstag, 20.45 Uhr, in Eilend ins Geschehen ein. Für die Schweiz standen neben Zuber und Zakaria auch die Bundesliga-Profis Anselme, Borussia Mönchengladbach, Manuel Akanji, Borussia Dortmund, und Breel Mbolo, Schalke 04, in der Startelf. Zudem begannen die früheren Deutschland-Legionäre Zakiri, Seefrowick, Ricardo Rodríguez, Granit Xaka und Fabian Scheer. Die Gastgeber präsentierten sich im Duell zweier WM-Teilnehmer von Beginn an deutlich überlegen, Zuber traf sehenswert in den Winkel, Zakaria staubte nach einem Freistoß ab. Der Freistoß zum 3.0 des herausragenden Zakiri wurde noch leicht vom Isländer Birgitianer Sohn abgefälscht. In der Folge fielen die Gäste endgültig auseinander. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team